Ich habe von der Stadt ein Jahr lang am Nordhapen hier in Hannover gewohnt. Es ist, ich glaube, 4 oder 25 Jahre her. Wir sehen immer noch so gut aus wie damals. Keine Ahnung, Falten fallen nicht auf. Jedenfalls ist es schön, wieder in dieser Stadt zu sein, wo ich mit meinen Geschwistern mal auf der Straße gespielt habe, mal im Niedersachsenstadion. Ich habe zehn neue Geschwistern mitgebracht. Das ist meine Band, Christian an der Gitarre. Jedenfalls ist es so, dass wir heute Abend haben. Ja, die Sache bringt, wir hatten es. Human ist ja der rote Faden. Es geht um Menschen und Menschlichkeit in meinem aktuellen Album. Und in den ersten zwei Songs, Ruach, da geht es um den Lebensatem. Jüdo Fusso ist über einen Freund, der seinen letzten Atem geben musste. Und zwischen diesen beiden, ich sage mal, Anfang und Ende eines Menschenlebens gibt es ja noch sehr viel zu entdecken. Das wollen wir jetzt machen und wir fangen an mit einem sehr altes Stück. Und dafür brauche ich mal ein bisschen Hannoveranische fingerspitzen. Das soll so klingen. Und nicht schneller werden. Wir haben es nicht alle. Ich weiß, wie wir morgen arbeiten haben. Wie geht es jetzt weiter zur Klinge? Moment, noch mal von vorne. Yes! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020